Hallo, willkommen zu einem wirklich sehr stressigen Vlog. Oder generell wird das mein Packing-Video für Korea, sprich ich facke jetzt mein Koffer. Gut, dass ich auf das ganze Event vorbereitet bin, schon seit Jahren gefühlt. Ich habe hier meine Liste, das alles was ich mitnehme. Kuro ist, er steht bereit. Ich bin super bereit, keine Ahnung. Es wird einfach eine... Warte, erstmal werden wir... Ich werde jetzt erstmal alles rausholen und dann geht es weiter. Okay, ich habe jetzt basically alles erstmal was ich mitnehmen will. Ah, ich habe die Schuhe vergessen. Okay, Schuhe. Schuhe. Mir ist gerade aufgefallen, die sind super dreckig. Das ist nicht so gut. Anyways, ich werde jetzt einfach anfangen alles einzuräumen. Ich habe jetzt auch schon wieder einiges aussortiert, aber manche die Sachen kennen noch viele. Oh ne, ich meinte das läuft. Ähm, ja. Oh, ich habe jetzt auch schon... Oh. 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 Ja, da. Nein, da wird es wohl, oder? Oh. Oh. Es ist so schön, meine Freunde, es ist so schön, meine Freunde, es ist so schön. You want to say something? To the world? Okay, is this a break or what? No! It is 0, it is half 1, we are absolutely ready to take off. Love it. Course registration is going on. Oh, I made it. Oh my god, this is nerve-wracking. I tell you all. I can still... Kacke. Kurze ist jetzt vorbei und leider habe ich nur zwei Kurse bekommen von den Kurzen, die ich haben wollte. Also ich meine die Hälfte. Ich habe tatsächlich noch drei andere Kurse, die ich definitiv noch brauche. Das heißt, morgen ist das gleiche Spiel. Leider. Jana, wie viele hast du bekommen? Ich habe drei. Und jetzt sind alle an anderen Tagen, ich könnte so kotzen. Ich werde irgendwie refreshen, keine Ahnung. Kannst du refreshen? Oh nein, mein Zoom ist weg. Also, middle of the week update. Ich bin hier mit Florian. Na, klar. Und wir just chillen. Ich habe nämlich die Woche bei FINE verbracht. Okay, FAME. Ach nee, ich kann hier nicht zoomen, ne? Mal FAME. Okay, machen wir halt den Winkel, ja? Okay. Das kommt in den Sinn, oder? Das solltet ihr so? FAME folgt Flopron. Und Dixemberkin mit X. Woo! Links in... FAME! In der Bio! Du, du musst immer halten. Ich mache ja schon. Ja, du kannst auch mit links. Im Gegensatz zu Jana. Nein, ich meine, man kann das Handy auch umdrehen. We're back. Ich bin halt Linkshänder. Immer noch, in a bad angle. Das wird halt auch nicht schöner. Wir sehen uns dann in... Na? Genau. Ja. Ja? Mal gucken! Hilfe! See you! Hello everyone! Ich melde mich nochmal. Wir sind jetzt Donnerstag angekommen. Vier Tage bis zum Abflug. Und ich bin auf dem Weg zum Friseur. Letztes Mal... Blonde Haare. Erstmal... Für ne Weine zumindest. Nochmal... Full glance. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich sehe euch später. Ich kenne mich besser. Die kostenlosen haben ja schon bezahlt, ne? Ja. Das ist ja wohl ein Blitz. Hallo! Hi! Jetzt sind wir zusammen für die nächsten 5 Monate. Jetzt geht es zum Flughafen und dann are we ready to take off. Es ist eine schwere Lange, dich zu schauen, auch nicht in die erstekingen. Sie ist eine andere Welt. So baby, jetzt sind wir im Gegenteil. Oh, oh, oh.��, wie sonst mit dir die Schaden? Oh, 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 oh. 3, 2, 1 Ganz ehrlich, ich kann sich mal vorstellen, dass es unser Flieger ist. Ja, ich auch, ich auch. Wow. Oh mein Gott, ich weiß genau, was du meinst. Hallo. Danke. Willkommen. Danke. Willkommen. Danke. Wie ist so eine komische Musik? Traumoper. Ja. Ja. Cute. Und gucken uns jetzt einen Film an. Let's go. Es ist übrigens dunkel geworden. Landed. Und dann noch rein. Und nach Phuket. Da würde ich ja gerne sein. Jakarta. Lass mal nach Jakarta fliegen. Jakarta? Da könnten wir Dingens besuchen. Bangkok. Oh, ich würde so gerne nach Bangkok. Oh, guck mal, da ist Bagdad. Unser gutes Bagdad. Wo ist denn? Wo ist denn Seoul? Kaum noch nicht wieder. Muss ja hier drüben auf dem Screen sein. Anscheinend. Da ist es. Seoul. Ich wollte auch wieder. Sorry. Keep a safe social distance and follow the health record. I guess. Economy class. Komm weg. Haha. Haha. Wie ist das so... Wie ist das so? Haha. Literally. Ja, die Deutschen sind halt kurz vor sechs. Wir haben jetzt unser Dinner und wir teilen uns das. Und wir haben beides die Snacks, also Dessert bekommen und Brot. Like best flight attendant ever. Yeah. See you. Almost, либо Taige. Oh. Also ziemlich gut. Oh. 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 Wir müssen zu 15. Ist so, ich weiß gar nicht. Wenn wir 50.000 Mal schreiben, dann hat er so 80.000 Papierkram. Ist so. We hate it. Was ist da eigentlich? Ich sehe deinen. Da, vorne. Wo ist Kuro? Kuro? Oh mein Gott, er ist in, er ist in! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Koffer! Was ist denn so? Oh! Boah, da kommt was so schwer, ne, das ist so asozial. Kims Bad? Mein Zimmer. Kuro. I love... Ja. I think... Whatever. What I make? Folk. And that's my bathroom. It's food time. Oh, look at this. It was kind of expensive, but... Oh, my God. Oh, my God. Look at the Stäbchen. I have also some, and it's in black. But like... Can you open it, please? Yes, sir. Wait, I want to see my spindle. Put me just one in. Wow. Oh, my God. Oh, my God. Oh, what is this? Oh, God. Leg einfach irgendwo hin. Ich glaube, das sind bestimmt die Käse-Sticks oder sowas. Oh, my God. Das ist deren Karte. It's a card. That's some sauce. And that's the... Oh, ha, oh, ha, oh, ha, oh, ha, oh. Oh, my God. 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 Untertitelung des ZDF, 2020